die Brüste Spinnmachung Mauer Smokanate mitnehmen habe ich auch eine in den Lauf welcher bei der Krüger ich habe Brot und Geld hier nur einfach vorbeigefahren weil sie nicht weiß ich es ist wieder doppelt hier ich glaube da ist ein Doppelgeld wirst du oben irgendwo was rumkreuchen ja ich gucke aber ich will jetzt unbedingt nicht sterben das rote licht ist schon ausgewiesen ähm langsam Markus nicht dass die schon im Lauf stehen die Leute ja ok das ist ein Baum ganz ruhig ok also nicht wie vieles in der Saison weißt du ob das nur einer war Bambam Himmelmann Hallo ja das ist noch Sammy warte meine Frau kennt mich nicht also die kennt dein Bambam nicht die kennt nur deine Dino Maus ah ah tut da alle so als wird ah auch noch komm du dir auch noch schreiben ja ich bin gerade dabei ich hab dich hier oben was ist hey hey jetzt hängen die oben wir brauchen sie nur auf ihnen hier hehehe hehehe Sammy Tanja ja ja wenn ihr rauskommt habt ihr eine Steinmauer hier ne ihr könnt euch hinter der Steinmauer hier verschanzen einer guckt nach hinten einer guckt nach vorne du siehst dich gar nicht hehehe Geben wir jetzt alle weg oder was sind wir alle lebensmüde gerade oder ich habe gerade was gesagt da ist eine Mauer da können wir ja vorbeigehen das bin ich gerade das habe ich gesagt bei rumstehen und warten ich habe ja gesagt ihr könnt da warten aber ich schreibe dir erstmal da oben auf dem Felsen die 6 Stück die sind nicht von uns oder pass auf die haben uns vielleicht gesehen dann warten die da und die looten alles hier und die warten und warten und wir verhungern und krepieren zum Rambou hier ok ok ich bin im Zelt ihr seid auf dem Eck da vorne da könnt ihr nämlich gut beobachten ob irgendwas hinter von vorne kommt Ja, ich bin, äh, Zelt durchsuchen. Okay. Problem ist, Auto höre ich fast nicht. Sie hat das Auto gar nicht gehört für ihn. Ich habe es gehört, weil ich ja hier vorne gehört habe, deswegen. Ich habe hier vorne saß schon. Okay, Zelt übernimmt. Ich gehe mal hoch auf den Turm, gell? Mach mal, pass auf die auf, Julien. Ja. Und guck mal, ob du noch welche rumlaufen. Ohne, da oben ist es schon, der springt, das sieht man, alles so deutlich, du. Was? Ja, Herr damit. Genau das war's. Komm in der Wand, ich komme zu dir. Guck mal, ob ich was von hier sehe. Okay, abschmeißen, komm, hier bin ich vor dir. Mit immer die Kertenwarn. Absprissen? Ja, ich soll nur beim Absprissen helfen. Aha. Und? Hm? Hier ist die letzte. Also, ich kann von hier aus nichts sehen, was sich bewegt halt. Einmal einen Schuss von der Schottgang, jetzt sind Lecker am Arsch. Alter, da siebe ich jeden ein. Die sind nie im Leben durchgefahren, nur hier. Du wolltest Flipflops haben, Nermin? Kein Mensch, Nermin. Was ist? Ich hab' gerade schauen, wir können aber nur von runterfallen. Ja, darf nicht rennen. Ja. Muss die wirklich langsam nach unten bewegen, weil der springt und zu weit. Okay, die Zelte, alles ist leer hier, Samy. Ja, ja, okay, ich geh'n weiter. Treffen wir uns bei der Schule in die vorne. Und dann hier in die Häuser. Also, ich hab' das Gefühl, dass wir von, von irgendwo beobachtet werden, von den Menschen. Ja, 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 ja. Er ist durchgefahren, er hat's guckt dann oben rum. Da, ja. Dass wir von irgendeiner Position gucken. In das große Haus gehen wir jetzt? Nein, nein, unten die Zelte. Ganz wichtig. Okay, ja, genau. Alltså, dann fühl uns doch. Ja, eben. Ich bin hier an Straße, ach, da ist die Seite von der Seite, unsere Straße. Hier. Wir sind neben dir. Ja, hier, hier sind wir. Nein, das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Leck mich doch am Arsch, du. Warum sehen die alle gleich aus hier? Ja, ich hab' den größten Ruf, so. Genau, Italien. Habt ihr hier mal, habt ihr hier mal ein Auto gesehen? Nein. So, mitnehme ich nicht ein Auto. Hier liegen Reifen und alles rum. Das hier? Ich meine, hier liegen Reifen und alles rum. Ja. Ich glaube, die greifen wir uns nicht mehr an. Oh, die Dose, essen du? Nice, hab ich mitgenommen. Klär mal gleich, wer das kriegt. Da sind noch ein paar Ratten, der Hunger hat. Wo sind die so... Fähle Fliegen, die? Hier in die Autos hinten reingucken, da liegt oftmals was drin. Hm. Ich glaube, so ausgerüstet waren wir noch nie mit Waffen, du, hä? Aber ich hab' gar keinen Bock mehr weiter zu spielen, ey. Weil ich hab' alles so liegen. Amen, den Fälschern? Nee, also, Entschuldigung, rannte eben da runterwärts, dann gehen wir hier rechts rum. Dann nimmt er die oben, das Zelt weg. Okay, wo sind wir? Ach, ne weg. Okay, bin ja, ne. Weißen, Autobot, rein. Ah, da hab ich so. Ich weiß, die beiden im Zelt drin, ne? Tomei, Sam. Ja, okay, nee, nee, mach dir nicht, wir gehen hier hinten, Max. Komm, wir gehen hier hinten, ich... Ich meine, Sam. Ich meine, Sam, wir rennen mal weiter. um er wird ihn sagen ich ja man ist zu sagen und eindeutig die falsche Mitzau keine Hürde zu ein Wieser Tiefel und Schießungen hier im Norden hier ist das Ziel von mir und ich ja wer sonst es in Schatten wir sind oder weiß nicht besser das immer da er ist wie ein Roboter er weiß nicht besser er ist immer da natürlich im Leben hier ja ich bin überall ja nett nett von dir ich muss ja auch was ja hallo ich bin wieder rausquetsch hier das Essen übersehen hab ich nicht das war ich nicht das war nicht er war ich o ein schöner Sonnaufgang mir und gut müssen Kaube und das glaube ich mal aussehen wir scheinen ihr seid jetzt hier unten ja und mit ich hätte ich komme jetzt hochschnappen auf den Turm was guckst du? Danke! Ich geh zu bereits Essen hierher gebracht. Hey, cool! Ich rass! Ihr nehmt die linke Seite, ich nehm die rechte, okay? Ich nehm die Metalldinger hier. Ich bin oben, ne? Irgend so ein blaues Teil. Also beim Turm oben, ne? Ja! Wolltest du sagen, dass ihr erschießen tut? Warum rennt einer schießen? Tümmer Hose braucht keiner? Ne, haben wir alle. Wir haben die schon. Jetzt zu du. Und... Da Punga. Ich hab Essen. Ja, ich hab auch Essen. Achso. Ey, die Sonne. Sieht voll geil aus, ne? Ja. Wer macht jetzt hier noch Sicht an? Waren wir hier schon drinnen? Hier? Wer hat die HK45? Ich, oder? Ne, nicht ich. Ich! Okay, Julian, äh, äh, Julian sag ich hier. Ähm, Tanja, ich hab einmal Munition für dich. HK45 hab ich und nicht du. Achso, oh. Ich hab jetzt 6 Schuss Munition für euch. Und ein Bier. Ja. Ja, 6 Schuss Munition ist, äh, im Dings, im Magazin, ne? Richtig. Für die HK. Die hab ich nämlich, genau. Tanja, die normale. Tanja, die ganz normale. Hier ist ein ganz großer Rucksack. 15.30 Uhr. Habe ich schon, ne? 15.30 Uhr? Ja, es geht noch größer. Ja, 20. Ja. Ja. Wir haben alle 15. Ich hab auch 15. Ja, okay, wir haben alle den großen schon, okay. Alle. Freut sich überhaupt nicht mehr über neue Sachen? Ja, ihr habt beide, also, Demi und Markus, wir brauchen heute noch einen ganz großen. Ja, stimmt, ich und, wir, ich und Markus, ne? Ja. Wir wollen nicht so viel tragen, denn ich so doof wie wir. Wenn wir den Rücken nicht kaputt machen. Ruhe essen. Essen? Er finde nur Essen, weißt du? Ich finde so wenig. Ich häng' immer an. Also, da bettelt jemand, Thüringen. Vantage. Anhandlung. Okay. Und kriegen kein Essen. Entschuldigen. Doch, Mann. Ja, ja. Das Ende dann immer so wie bei Dings hier, Marcel. Ne. Achso, ich komm' hoch mal bis. Bin schon oben gewesen. Wo bist du nicht wieder unten, du? Ja, beim Hangar war ich, ne? Wohlgemerkt, oben. Achso, bei dem du oben musst du. Jetzt komm' ich doch hin, oder was? Nee, ich bin ja hier. Ja, 45er. Hast du da oben auch schon gewesen? Nein, noch nicht. Hast du da oben schon? Nein. Äh, ich geh' hoch. Achtung, Samy. Mit Munition, äh, mit, ähm, Magazin. Äh, oje. Warte. Ich muss irgendwas rausschmeißen. Hast du ne Bandage noch frei, Markus? Ja, ne? Ja, hab' ich, hab' ich. Ja, Achtung. Ja, aber er hat uns Not schon da. Hab' ich? Ah, okay. Jetzt kannst du mir geben mit Munition. Motorrad, ähm. Okay. Gitteschön. Merci. Achso, und dein Bier kannst du auch trinken, ja. Mehr als Motorradheim war ich hier oben nicht. Mal sehen. Let'sh ''ht'm'' Bier? Ehm, warte. Oh, ich hör' zu sodassич nämng' Drinks hat Warte. Dass du verlierst administrator für den Baum? Ich trink's! Du schu- ...so! Ok. och man, ne? ich bin so böse, Max es haben, Max es? Willst du Dose haben? Willst du Dose haben? Rauch ist hängig, zungel so Oh, so ein Schwein Achso, hat jemand noch Essen für mich? Ja, ich Servi, hast du Essen für mich? Max, ja, warte, ich hab dir was zu essen, warte Achso, ja Oh, okay, Entschuldige, ich bin vor dir Okay, hier Ja, gleich hier, achte dir? Dann hätte ich noch was für dich, Max gucke, Achtung, guck mich an Ja, nehmt alle YouTuber Achso, guckst du bitte? Guck, nein, jetzt guck weg, also guck hin Bleib doch mal stehen, bleib stehen, keine Angst, Mensch Achso So, sind wir fertig hier mit allem? Jetzt, sollen wir in das große Gebäude noch gehen? Könnt's vielleicht Essen gehen für mich Ich hab wirklich kein Essen mehr, das wär echt übel gewesen Was hat er denn mit Hände hoch? Warte mal, ich hab hier ein blaues Licht drinnen Was hat er denn Licht da drinnen, ey? Ich dachte, wie ein Schokoriegel, da war das ein blaues Licht Na, dann ess mal Gut, jetzt geht's Jetzt ist das mit Riesenhäuter Ich geh da mal hoch Ich geh da mal hoch Auch so viele Schritte Ja, da weiß man gar nicht, ob man Hm Äh, ja, einfach loschießen Später fragen, ob es einer von uns war Genau Also ich glaub, die Dinger lohnen sich hier gar nicht, ey Äh, warte mal Ganz schöne Waffenflaschen Genau Achso, hier war Tanja schon drinnen Auch in den aufgezogenen Dinger Ich würd ja gerne mal in die Polizeipräsidigung gehen, dann Ich hab' ja Ich hab' ja Ich hab' ja Ist die Treppe hier? Komm, wir warten Ich hab' ja Hier, bist vorbeigelaufen Was sehen? Entschuldigung, in dem Fall ist alles leer Äh, haha Das ist der Leih Die Kohle einmal sehen Naja, ich wüüte, ne Ich hab' ja aus dem Inventar raus, ne Brauchen doch sich ja in die Tasche noch rum, ey Ja, ja, ja Wurden uns andere Leute sehen können Ja, vielleicht... Vielleicht will ich das, ja Ja, die Action-Fedia, wie bei GTA Ja, 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 ja Du hast jetzt... du hast jetzt GTA entzogen Und die GTA geheilt In dem Stil, ich find' froh dass so ist, ey Echt? Ja Was, ein GTA alter nicht wieder Was, ja Habs, einfach mal neu gekauft Mit dem gleichen Account oder muss das ? Oh, hier setz mal so hin Das ist bis zur Beinein, was ist, Marco? Hier, jetzt mal sehen, machen wir auch eine Hier, das ist, oh Klappstuhl, Bier, ach so, das Bier geht's ja nicht mehr Und die Sonnenaufgaben genießen, auch Fettkommt, eigentlich geniefert so ein Untergang mit Bier und morgens ging so ein Aufgang mit Kaffee ja, es ist halt so ein wenig, krass, hast du hier schon mal Kaffee gelotet? Ich noch nicht also, bleib dir nur übrig, Bier gut, ich kann eigentlich Cola trinken zu frühstücken, das ist eh nicht oh, das ist nur durchgefahren so viel zum Loten, fahr die einfach nur rum, dann schön ausgerüstet ohne Ende ich bin ganz oben auf dem Dach ganz oben schaffen da so lange geht das hier hoch ja, ein 15er Rucksack und der ist leer, genau super das ist Markus hier da ist ein kleiner Rucksack da hinten drauf sicher, dass das ein 15er ist, Markus? äh, das ist ein 15er du hast einen kleinen Rucksack, Markus einen großen hier kannst du rüberspringen, denk dran du hast keinen kleinen, äh, keinen großen oh, also du, ich kenne so'n Vater, du kannst doch keinen großen haben also den Schuss, den ihr jetzt hört, der ist jetzt nicht von mir, ne? ich bin draußen aus dem Spiel nein aus dem Turn so siehst du da drüben irgendwas, Markus? auf dem Berg sitzen da ganz viele ja, da sitzen wir da drüben hier ist ein Leiter, ich kann mal runter gehen aber geh lang so runter, weil es gehts direkt tief runter oh, so viel Müll unten hm oben läuft auch nichts rum, ne? alles so ruhig, ey wahrscheinlich eben so viel gemacht, weißt du, nicht so ruhig, ey ja, da bin ich mal zurückgeschrieben wo seien die eigentlich alle? alle oben auf dem Dach ich bin irgendwo im Haus ach, cool, ich bin draußen ne? ich geh nochmal runter also vom Dach runter springen das nochmal ja, das ist wie mein typischer Machselfelverhalten na, also bist du nur runter? bist du da? seit ich geh jetzt hier runter, ich geh, hier runter ich geh, leite runter runter, guck mal, ach guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal du, n kyk, was äh, BEAU Prozent 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 aber richtig das war ein Flugzeug nachgucken aber ich habe ihn gewesen ist nichts Prozent ja er muss ich endlich da reden so wäre schon draußen der lichte Rucksack, ein kleiner 15er ein kleiner? ja, früher war er 15.000 Euro noch größer ja, schritte hier laufen, ein einer drüben ja, weil wir alle rumlaufen ok, bin draußen ich bin auch, weil alle sind mal dabei du bist auf der anderen Seite ach, hier ist ein Leiter da bin ich runtergekommen ja, kommst du, kommst du? ok, Tanja, kommst du? ja, lauf doch, da bist du doch da kommt jemand, schieß, schieß, er hilft das vorher ok, dann lass uns jetzt zu den nächsten ja, da glaube ich jetzt mal gut aus ja, da bist du auch so, Printes Case oder so, was kommt das nächstes? so ist das, das kommt bei Printes Case kommt das, oder so, und so ist auch gut nun, du solltest weg während ich hab immer noch ich hab halt immer noch er ist halt durch die Zelte durch, das ist ich war immer noch, dass das Zelt und alles in der Hand, ne? im Rucksack Können wir doch mal machen, als Bombenpunkt, oder so? doch, komm mal hier, probier auch, wie sieht man hier aus? naja, hier mit dem Militärbieter gehört uns ja, dann lässt es hier sein das ist auch mit dem Ganzen zu euch ja jetzt geh ich hier nochmal kurz rennen, aber bestimmt noch keiner von euch da Alter! Mann, äh Firektor 23er und das萬 sei, ne? das hat sich nicht mehr da die Probleme aufgenommen ja, das ist das Problem oder die Probleme und sind das Ding nicht da drauf das alte Szenar Astrum und sich wer hat sich? Ach, Entschuldigung... Mann, Stau, Stau, Sau, genau auch nicht jetzt die Leute die die diese die 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 kleine aussehen wie ein Elefant im Ort hr guck mal guck mal kam er wo mitten auf dem Berg läuft da oben im Plan guckst du mal den Finger wo ist Munition, Entschuldigung? der ist da oben gerannt die Richtung Alter war da oben und ist in die Richtung gelaufen wem soll ich jetzt gucken wer was zeigt die mit dem Handbogen da ist er oben auf der Felsen oder hier unten in der Stadt er ist oben an der Straße was ich will mal zu tief wie viel Wege jetzt hab ich ihn gesehen, der oben gelaufen ist in die Richtung das heißt da oben auf den Klippen läuft er rum ja ok man muss aufpassen ok dann hat er Munition Kost in welche Richtung ist er gelaufen äh was 200 nach rechts 23 ja ok hier ok danke dir ok dann kommt mit ja dann kommt drauf mit hier aber er war allein also ich hab ihn ganz alleine gesehen das macht nix wenn er uns alle einzig guck mal hier Achtung ganz kurz hier ist die Kamera ne ja so soll er grüßen hallo mit Truman Show das heißt er wird uns jetzt verfolgen theoretisch weißt du wie der heißt wie Gollum meinst du jetzt Julien oder wen meinst du jetzt Julien ist die klein für Gollum ho ho ok dann immer wieder zu hoffen wird meinst du nix der verfolgen uns wir haben irgendwas über ihn er hat uns locker gesehen mehr Holger ab und das steht aber er hat reißen ausgenommen so viel eben wollten die jetzt gelaufen sind er würde er hat es weiter zu tun wenn das ist ein alles und geht es ja noch mal Ich weiß nicht, ob da noch woanders weg ist. Hey, was ist das? Nein, 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 ich habe mein Bild noch weg. Ach, ich habe irgendwas gedrückt. Get weg! Also Tape-Taste und irgendwas anderes. Du bist hier im Desktop drin mit einmal. Geht weg! Ne, ne, die habe ich nicht gedrückt. Ah doch, das kann sein. Ich wollte alt drücken, hast recht. Fällt im Desktop drin nicht. Ich gehe mal ein bisschen von der Straße weg, ne? Ja, nicht, dass du von Weitem schießt. Ja, oder fährt. Da kannst du ja hinter das Gelände gehen. Gehst du jetzt hochziehen? Ja, und dann sei durch, ne? Oh! Oh! Also hier nehme ich lieber das Gewehr als die Shotgun, weil hier in offenen ist scheiße. Ich schieße ja nicht so weit. Ich schieße ja nicht so weit. Ich schieße ja nicht so weit. war das? ist hier mit dem Chips gedreht? es gibt, ja danke Julien wir haben ja auch noch welche hier jetzt sind wir bestimmt gleich erschossen jetzt sind wir bestimmt gleich erschossen ich höre es von meiner Frau drüben aber es ist zu weit weg da müsste ich meinen Arm ganz lang machen der ist bestimmt in der Hütte drüben, Markus ruhig mal da hört sich alles ruhig an hier er ist bestimmt in der grünen Hütte drüber gerannt, Markus in der gelben in dem Fall ja dann würde ich ganz gerne rein, weil ich hätte nur 23% Essen also wir sollten... Essen müssen wir öfters holen hier ja meine Frau ist schon fleißig halt mal stehen in eine alte Tasse rein da muss ich ein ah, hey, schreibt einer das bist du? so weiw3, nein, so weiw3 ist immer nicht das sind ein anderer Spieler antworte, komm ja, das wird mal was anderes sein hier antworte, der weiß sowieso, dass wir schon hier sind nachheraus ist eine Falle weiw3 weiw3 ich vermute, dass er hier drin ist breit auf Engelspotheaven wie meins, ok, Deutsch ja, weg, 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 weg weg, 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 weg weg, 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 weg weg, 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 weg weg, 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 weg weg, 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 weg naja, das reden wir auf jeden Fall Alter, der kann aber auch im Wald sein, ne? das macht doch nix typisch oooooh ja, das Frau verrät auf jeden Fall ja, das Frau verrät auf jeden Fall